Hi, heute zeige ich euch den Are Jopchagi und nun viel Spaß beim Video. Are Jopchagi Der Are Jopchagi ist ein Seitwärtstritt, welcher bei richtiger Ausführung ein sehr kraftvoller Kick ist. Wie der Name es bereits vermuten lässt, anders als bei Ausführung im Momtong oder Olgul wird der Are Jopchagi im unteren Körperbereich Are ausgeführt. Bei der Ausführung hebt der Taekwondo ihn gleichzeitig das Knie an und dreht den Körper um ca. 90 Grad, während er dabei sein Bein vollständig streckt. Der Are Jopchagi wird seitlich auf Höhe der Knie oder des Oberschenkel der tretenden Person abgegeben. Die Trefferfläche ist die äußere Kante des Fußes, das sogenannte Fußschwert auf koreanisch balnal, oder aber die Unterseite der Ferse auch Twitschuk genannt. Durch die Verwendung der Fersenunterseite wird mehr Kraft generiert, was sich im Falle einer Abwehrsituation deutlich bemerkbar macht. Der Are Jopchagi ist bei Angriffen aus der nahen Distanz eine schnelle und effektive Selbstverteidigungstechnik. Er Zöstern Werden 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 Untertitelung des ZDF, 2020